Hallo liebe Camper, heute war wieder ein Stellplatz-Video und ihr hört das schon. Guck mal wie schön das hier rauscht. Ich stehe hier in Verdol. Ich musste mir den Namen extra mal merken. Das ist ja gar nicht so einfach. Verdol, Stellplatz in Verdol, das ist in der Nähe von Lüdenscheid. Und da haben wir diesen feinen Stellplatz gefunden. Guck mal, ist das nicht schön? Ehrlich, ne? Das ist die Lenne. Der Fluss heißt Lenne. Ich habe mir das gemerkt. Guck mal. Und das ist hier der Stellplatz. Den zeige ich euch mal. Das ist ein kleiner Stellplatz hier. Wir passen höchstens sieben Autos hin. Die dürfen hier alle nur in einer Reihe stehen. Da hinten an dem Deich, hätte ich beinahe gesagt. Und warum das so ist, das zeige ich euch mal. So, guck mal. Hier steht das dran. Bitte Wohnmobile links aufstellen. Da sind auch die Stromsäulen dann. Weil hier vielleicht auch Leute mit einem Schirm, einem Fallschirm oder Paraschirm oder Gleitschirm oder wie das heißt, damit die hier landen können. Guck mal. Und weil wir gerade hier hinten sind, zeige ich euch gleich mal die Entsorgungsstation und so weiter. Die ist nämlich hier oben. Hier haben wir jetzt die Entsorgungsstation. Hier kannst du deinen Chemieklo reinkippen. Da kriegst du Wasser raus. Hier musst du dein Geld reinstecken für Frischwasser. Und du siehst 2 Euro, 1 Euro, 50 Euro und so weiter. Aber wie viel Liter das hier gibt, weiß man nicht. Und hier gibt es dann das Frischwasser. Hier stöpselst du dich dann ein. So. Da unten Chemieklo, habe ich schon gesagt. Und guck mal hier, wenn du ein Stückchen weiter gehst, dann gibt es hier ein Siel, wo du dein Grauwasser ablegen kannst. Ablegen kannst. Ablassen. Du kannst dein Wasser hier ablassen, so heiße. Ja, guck mal. Und ist das nicht schön hier? Und das Schönste ist, guck mal, Wohnmobile frei und der Stellplatz ist kostenlos. Das ist ja selten, dass man nochmal einen Stellplatz findet, der kostenlos ist. Das ist natürlich alles ganz einfach gehalten. Aber dass man das hier überhaupt machen kann, ist natürlich toll. So. Und guck mal, wie schön. Und ich mache das ja gerne, wenn der Fluss so rauscht. Oh, herrlich. So. Geh mal ein kleines Stück mit euch. Und hier kannst du ein bisschen spazieren gehen. Und hier ist eine Kanu-Anlegestelle. Also wenn ihr mit dem Kanu unterwegs seid. Dann kannst du hier anlegen. So, guck mal. Und hier gibt es ein, wir bedanken uns. Das können wir ja auch mal einblenden, ne? Damit man weiß, wer das ermöglicht hat und wer hier gespendet hat. Das ist natürlich nett und schön. So, guck mal. Und die können wir hier anlegen. Und dann müssen sie ihr Bogen ein bisschen weitertragen. Und da hinten, dann wird das wieder ruhiger. Guck mal, ist das nicht schön? Guck mal. Und da hinten der VW-Bus, der da jetzt gerade wegfahren will, wo die Tür aufgeht. Die haben hier gerade die Strömung gemessen. Ich dachte, die wollten hier angeln. Nein. Die haben die Strömung gemessen. Denn nachher, zur späteren Jahreszeit, die Bachforellen hier hochhüpfen wollen. Ob sie das überhaupt noch schaffen, von der Strömung her. Ob sie das natürlich jetzt, das Ergebnis kenne ich natürlich nicht. Aber, wie gesagt, ich habe gedacht, die wollen hier angeln. Obwohl hier angeln verboten ist. Aber man weiß ja nie, was hier passieren tut, ne? Guck mal, ist das nicht schön. Ich liebe ja dieses Geräusch. Huch, jetzt glitschig noch. Ab hier, Ronald. Und dann fällst du hier rein. Das geht ja nicht. So. Guck. Mein Freund Bragemann, mein Axel, der ist mitten hier. Und das dritte Wohnmobil, den kennen wir natürlich nicht. Und sieben haben hier vorhin übernachtet. Und die sind jetzt weg. Und da hinten ist noch ein toller Garten, sozusagen. Da gehen wir mal hin. So ein Sportgarten so ein bisschen. Gucken wir mal. Guckst du. Und da hinten haben wir uns noch ein bisschen an Fluss gesetzt. Und haben da gefrühstückt. Ach, war das schön. Schön mit dem Rauschen. So. Und guck mal, wenn wir hier gerade sind. Da oben gibt es eine Stromsäule. Ob es hier noch mehr gibt, habe ich eigentlich noch gar nicht gesehen. Aber für sieben Wohnmobile soll das ja lang. Und wenn man eine Nacht oder zwei hier bleibt, dann braucht man ja auch gar keinen Strom. Ich stehe natürlich auch wieder nicht an Strom. Aber das wissen wir ja nun schon, dass ich das nicht mehr brauche. So, und dann gehen wir jetzt mal da hinten hin. Guck mal, Geschichtsfahrt steht hier dran. Nun kann ich das gar nicht sehen mit der Sonne hier. Und ich sage euch nur ganz kurz, während des Zweiten Weltkrieges gab es in Verdol mehrere Zivilarbeiterlager. Wenn ihr euch das noch weiter interessiert, dann dürft ihr natürlich jetzt auf Stop drücken und könnt euch das mal durchlesen. Und hier ist, ich dachte da unten ist eine Tafel, aber das ist eine Beleuchtung, so ein Gedenkstein. Und guck mal, wie schön die das hier gemacht haben. Ist das nicht schön? Guck mal. Guck mal. Ich gehe einfach mal hier so mit dem Flüchen rum. Guck und da vorne gibt es eine schöne Bank. Die kann man auch drehen nach der Sonne hin. So gehen wir hier mal spazieren. Nicht, dass hier noch eine Forelle gleich ankommt, die sich verlaufen hat, so zu sagen. So, guck mal, da vorne ist gleich der Stellplatz, ne? Das ist also nicht weit weg. Das haben wir ganz toll hier angelegt, muss ich ja sagen. Guck mal, was das hier. Kann man das anziehen oder was? Das muss ich jetzt mal erst mal erkunden, ne? Guck mal, was denn? Na, sie haben sich das für die Kinder hier hingemacht. Oh, hier kannst du nach Gold schürfen. Ach nee, warte mal, das kommt denn hier raus? Warte mal. Ganz langsam, 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 langsam. Und hier kommt hier Wasser raus, oder was? Guck mal. Ah, damit kannst du das hier voll machen. Na ja, wenn die Kinder hier sind, haben die da dran bestimmt Spaß, ne? So, dann hat sie uns noch was. Hier kannst du doch eine eigene Frontäne machen. Du musst jetzt hier hin und her wackeln. Muss ich da rausstellen. Dann kommt da oben Wasser raus. Guck mal, ich probiere das mal. Ach, Mama Mia. So, jetzt wackeln wir mal hin und her, Ronald. Und jetzt müssen sie den Druck drauf kriegen. Ach. Das ist ja toll. Guck mal, wie hoch das geht. Ach, liebe Leute, guck mal, ich kann die Kamera ja gar nicht ruhig halten, ne? So, da ist noch einer. Also, wenn du das zum zweiten machst, kriegst du da bestimmt richtig Druck drauf. Probier das hier nochmal. Wir rauf einfach. Und dann durchsch und bitten, ne? Hier, der hat jetzt ein... Ach, nee, guck mal, hier unten kommt einer raus. Guck mal hier. Ich muss mir mal ein paar Leute holen, die das ein bisschen nassen für mich. Ja, also, man kann sich hier auch sportlich betätigen und kann hier seinen eigenen Wasserfall machen. Guck mal, und hier läuft der Fluss weiter. Muss ich aber auch auf der anderen Seite, sonst gehe ich da, komme ich da gar nicht weiter. Gehen wir mal hier runter, ne? So. So. Guck, hier ist das schon wieder ein bisschen ruhiger geworden. Von der Henne. Ne, Lenne, Lenne. Henne ist das ja nicht. Das verwechsel ich auch immer so ein bisschen. Guck. Angeln verboten, 150 Meter, Fisch, Aufstiegshilfe. Guck, das ist ja das, wo die jetzt die Strömung gemessen haben. Habe ich euch auch von mir erklärt. Guck sie. Guck mal, hier ist auch ein kleiner Strand. Kannst du hier bestimmt auch ein bisschen baden. Guck mal, ist das nicht schön? So ein kleiner, niedlicher Stellplatz, ne? Kennt man gar nicht. Oder kannte ich bisher nicht. Jetzt kenne ich den und ihr kennt den jetzt auch. Also, wenn ihr hier mal in der Nähe seid, kann ich nur sagen, fahr da mal hin. Guck mal, wie schön. Ich mach mal Stopp, sonst wird das zu lange, ne? Guck mal, das ist ja auch witzig. Das habe ich noch nicht gesehen. Das ist ja nur eine einfache Bank. Und guck mal, die kann ich jetzt drehen, wie ich will. So, und dann sag ich, ich möchte jetzt ein bisschen in der Sonne liegen. Und dann kannst du da in der Sonne liegen. Und dann hast du hier so eine schöne Aussicht. Da oben ein, fräst einer den Garten. So. Gucken wir mal weiter. So, boah, mal gucken, ob die hier jetzt irgendwo in einen kleinen See münden. Oder wo das Wasser hingeht. Gucken mal. Ist ja gleich zu Ende jetzt. So, guckst du, dann läuft das hier so längst. Und läuft hier zurück in die Lerne. Das haben die richtig toll gemacht, finde ich. Guck mal. Schön, ne? Ist das doch schön, oder nicht? Sag doch mal was. So, und jetzt gehen wir wieder zurück. So, guck mal, jetzt bin ich hier nochmal an diesem kleinen Ministrand. Aber weißt du was? Naja, ich weiß nicht. In dem Sommer, wenn du wieder die Strömung, die würde mich ja ganz mitreißen, ne? Denke ich mal so. Vielleicht doch nicht so gute Idee, hier zu bauen. Aber ich weiß was nicht. Man weiß das einfach nicht. Aber schön ist das trotzdem. Ja, das war mal der kleine Rundgang. Hier auf diesem Stellplatz. Und heute Morgen waren wir ja schon einkaufen und wollten Brötchen kaufen. Da war ich mit meinem Axel Holtz, mit meinem Broggelmann. Und haben wir Brötchen gekauft. Und das hänge ich euch jetzt einfach mal hier hin da ran, ne? Jetzt mal. So, liebe Camper, damit ihr denn auch wisst, wo ihr einkaufen könnt, gehen wir heute mal ein paar Meter und dann zeige ich euch mal, wo man frische Brötchen kriegt und so weiter, ne? Guck mal, wir sind kaum 100 Meter gegangen. Und nochmal 100 Meter, dann sind wir schon bei Aldi. So, und wenn ihr hier mit den letzten Tropfen angekommen seid, dann habt ihr hier die Möglichkeit, gleich zu tanken, ne? Manchmal ist das ja wichtig. Wir sind hier auch mit den letzten Tropfen angekommen. Guck mal, und hier ist Edeka und Bäckerei und alles Mögliche. Hier könnt ihr gleich ins Parkhaus reinfahren. Aber das passt ja nicht mit dem Wohnmobil. Dann müsst ihr da zu Fuß irgendwo hingehen, ne? Irgendwo ist der Eingang. Aber wir suchen jetzt mal Aldi, ne? Guck mal, hier auf dem Weg finden wir einen alten Reckhammer. Da haben sie strahlend gestanzt oder irgendwas, ne? 60 Schläge in der Minute. Das Schild, wenn ihr das lesen wollt, könnt ihr hier anhalten. Und guck mal, und hier schon, Aldi. Das ging ja schneller als gedacht. So, jetzt haben wir mal ein bisschen was gesehen, wo man noch einkaufen kann, ne? Und guck mal, die Sonne kommt halt raus. Ist das nicht schön? Und dann gucken wir nochmal. Vielleicht gehen wir auch nochmal woanders spazieren. Wir gucken mal. Guck mal, und jetzt mal einen Blick von der Brücke runter. Und das ist die Lenne. Lenne heißt das Detail hier. Guck, und da ist der Parkplatz. Kostenlos. Habe ich aber schon gesagt, glaube ich, ne? Oder auch nicht. Ist das nicht schön? Guck mal, und die Sonne kommt jetzt raus. Ganz wunderbar. So, guck mal, wie schön. Und das rauscht so herrlich. Ich mag das ja gerne hören. Toll, ne? Das ist ein Staubeer, sozusagen, für so einen Nebenarm. Da oben nicht ganz viel Holz drauf. Das bedeutet, das Wasser war hier sehr viel höher. Ob das jetzt auch hier mit der Umweltkatastrophe, ob das hier über die Ufer getreten ist, das kann ich natürlich nicht sagen, die Lenne. Guck mal, und jetzt kann ich euch zeigen, hier, warum wir hier die Fläche frei halten müssen. Oh! Er hat das nicht ganz geschafft. In den Bäumen. Na, siehst du. Aber wir haben das gesehen. Eigentlich sollte der ja hier landen. Ich habe euch ja das Schild gezeigt. Das ist aber nicht da jetzt. Na gut. Ja, der ist fast geschafft. Guck mal, da kommt wieder einer. Wollen wir mal sehen, ob der hier herkommt. Ja, jetzt schwenkt er ein. Und jetzt kommt er. Nochmal um die Bäume herum, vielleicht. Und jetzt nach rechts. Ja. Jetzt kommt er. Ich darf ihn ja nochmal um die Bäume herum. Muss auch langsam zumachen, sonst ist meine Batterie alle. Er kostet das aber auch aus, bis zum letzten Tropfen. Jetzt muss er doch tatsächlich im Wasser landen. Oh! So ein Dussel. Er hätte doch hier hinfahren können. Er hat das nur geschafft hier. Ja, er hat das geschafft. Er hätte aber auch hier landen können, bin ich der Meinung. Aber ich habe davon keine Ahnung. Aber wir kommen nochmal zurück auf den Parkplatz. Deswegen ist das nur in einer Reihe erlaubt. Das ist ja schade gewesen, dass du da im Wasser gelandet bist und nicht hier auf dem Wohnmobil-Stellplatz. So sieht das aus. Und wenn hier kein Wohnmobil gestanden hätte, dann wäre ich auch hier gelandet. Ja. Das Wohnmobil stand komplett verkehrt hier. Ja, der stand quer, ne, sozusagen. Ja, ganz genau. Die Leute sollen sich mal hier in die Regeln halten. Das ist hier ein eingetragener Fluglandeplatz. Richtig, gib denen das. Ich meine, vorne ist auch ein Schild. Du hast vollkommen recht. So sieht das aus. Geh mal im Internet www.dav.de Gelände und dann sieht man, das ist hier ein eingetragener Fluglandeplatz. Ja, da geht ja aber ein Wohnmobil jetzt nicht hin. Aber da vorne steht ein Schild, da gebe ich dir recht. Genau. Deswegen hatte ich gesagt, man darf hier nur in einer Reihe stehen. Und vorhin stand der ja so quer wie der Vito da oder was das ist. Richtig, richtig. Und der war ja fünf Meter länger. Der stand ja auf der kompletten Landebahn hier. Und Landung da in das Wohnmobil rein, habe ich das vermieden. Nur es war halt super knapp damit, mit der Lende, ne? Ja, aber es hat alles geklappt. Aber du bist auch ein bisschen sauer jetzt, ne? Ja, ich bin sauer. Ich habe nasse Füße jetzt. Und ich bin auch sauer, weil ich hätte nämlich wahrscheinlich ein gutes Video hingekriegt. Ich wünsche dir noch viel Spaß. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, liebe Camper, das soll es jetzt gewesen sein. Ich hoffe, mein Video über diesen schönen Stellplatz hier direkt an der Welle hat euch gefallen. Und ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch. Und zum Abschluss hören wir noch einmal ein bisschen in das Rauschen rein. Also im Wohnmobil hörst du davon leider nicht mehr ganz so viel. Ich mache das ja gerne und dann kann man auch gut Lulle machen, ne? So, wir halten noch mal ins Wasser. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Urlaub, wo auch immer ihr seid. Und guck mal, wie schön sich das hier anhört. So, ich sage jetzt mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal, ne? Auf ihr gesehen. nochmal bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. onymous« das Eu vivreôn Untertitelung des ZDF, 2020